Willkommen zu einer Reisetour von Jens und Manu. Wir sind unterwegs, gell? Oster Tour, nicht nach Nordsee, sondern Richtung Süden, nach Wien fahren wir, nach Osten, nach Wien, nach der Urkleidung. Die Tour führte uns über Hillpolstein nach Wien, weiter nach Graz und von Graz nach Passau, von hier aus zurück nach Suhl. Wien erreichten wir am zweiten Tag gegen 14 Uhr. Der Stellplatz war dank Navi schnell gefunden. Nachdem wir unseren Stellplatz bezogen hatten, schauten wir uns auf dem fantastisch eingerichteten Stellplatz um. Der Stellplatz befindet sich in der südlichen Randlage der Hauptstadt und bietet Platz für ca. 160 mobile. Unweit vom Stellplatz befindet sich eine S-Bahn-Station, mit der man in wenigen Minuten die Innenstadt von Wien erreicht. Eine kurzweilige Fahrt zur Innenstadt erlebt man hier. Erstes Ziel in der Wiener Innenstadt ist der Stephansplatz mit dem St. Stephansdom, ein imposantes Bauwerk. Weitere touristische Ziele besichtigten wir bei diesem ersten Rundgang. Nun zieht es uns in den Prater. Das Wahrzeichen, das Wiener Riesenrad, wollten wir unbedingt erleben. Im Gelände des Prater war noch rege Betriebsamkeit. Zahlreiche Fahrgeschäfte zeigten sehr farbenreich ihren Betrieb. Auf direkten Wege ging es zum Riesenrad. Wir wollten Wien von oben erleben. Wenige Minuten später befanden wir uns im Riesenrad und konnten das Flair des Prater und einen Überblick über den Nachthimmel von Wien bekommen. Ausreichend Gelegenheit, dies zu sehen, war vorhanden. Ein herrlicher Überblick über den Prater und Wien erlebten wir. Nach der Besichtigung des Praters ging es nochmals in die Innenstadt. Wieder am Stephansdom schlenderten wir weiter durch das Zentrum. Wir erreichten die Wiener Hofburg, schauten uns dieses gesamte Ensemble an. Für Fans von Sissi und Franz ein absolutes Muss. Wien ist eine Reise wert, aber bitte länger als ein Tag. Am dritten Tag ging es dann nach Graz. Auch dort fuhren wir einen Stellplatz von Mainplatz an. Dieser liegt im Süden der Stadt. Ebenso wie der Platz in Wien bietet er für ca. 160 mobile ausreichende Stellflächen. Sehr großzügig und naturnah liegt dieser Platz direkt neben einem Freibad. Fähr- und Entsorgung, sanitäre Anlagen und die gesamte Infrastruktur zeugen von viel Erfahrung bei der Stellplatzkonzeption. Verkehrsgünstig vor der Grenze nach Slowenien gelegen, ist dieser Stellplatz prädestiniert für einen Zwischenhalt für Reisen in den Südosten von Europa. Das tolle Wetter am Samstag konnten wir schon zum Relaxen vor unserem Wohnmobil nutzen. Später führten wir einen ersten Rundgang durch die Grazer Innenstadt durch. Einige Sehenswürdigkeiten sahen wir da bereits, unter anderem auch die Schlossbergbahn. Diese führte uns auf dem gleichnamigen Hausberg von Graz, wo wir dann auch unseren Abendessen zu uns nahmen. Die Bahn existiert seit 1984 und führt gegenläufig in beide Richtungen. Bei einer Steigung von 60% werden 108 Meter Höhenunterschied in maximal 3 Minuten überwunden. Am folgenden Tag suchten wir erneut die Grazer Innenstadt auf. Bei herrlichen Wetter schlenderten wir durch die verschiedenen Gassen, hatten Gelegenheit noch einiges anzusehen, unter anderem auch den Freiheitsplatz. An unser leibliches Wohl dachten wir ebenso, bis wir dann den Schlossberg nochmal aus einer anderen Perspektive sahen. Schnell war uns klar, dass wir erneut hinauf wollten. Am Eingang entdeckte Manu die Grazer Märchenbahn, welche sie dann auch besuchte. Seit 2014 existiert dieses Highlight. Gerade für Kinder in dieser Form, in verschiedenen Themenbereichen, kann man sich ein eigenes Bild von der Märchenwelt machen. Akustisch hört man neben vielen märchenhaften Geräuschen Zitate aus konkreten Märchen. Durchaus ein kurzweiliger Besuch in der Märchenhöhle von Graz, unter dem Schlossberg. Zusammen haben wir am Ende des Ausflugs das Wahrzeichen von Graz besichtigt und mehrfach fotografiert, der Urturm von Graz. Am fünften Tag begannen wir die Reckreise. Ein weiteres Zwischenziel sollte Passau sein. In Passau nutzten wir den Stellplatz Ilzbrücke. Ein kostenpflichtiger Stellplatz, unweit vom Zusammenfluss aller drei Flüsse gelegen. Ein praktisch angelegter Platz mit allem, was von Wohnmobilisten benötigt wird. Natürlich besichtigten wir auch Passau. Passau ist geprägt von den drei Flüssen, die in Passau zusammenfließen und von zahlreichen fundamentalen christlichen Bauten. Herausragend ist dabei der Stephansdom. Mit dem angrenzenden gleichnamigen Platz. Imposant ist das Kirchenschiff des Doms, welches den größten Kircheninnenraum nördlich der Alpen besitzt. In ganz Passau stellte man sich bereits auf den Frühling ein, was an den liebevoll eingerichteten Blumensilbeten zu sehen war. An der Donau verweilten wir. Irgendwie üben solche Flüsse eine Faszination aus und haben beruhigende Wirkung. So etwas schauen wir gerne. Ein letzter Rundflug mit unserer Drohne zeigte den Zusammenfluss von Donau, In und Ilz. Schade, am letzten Tag war das Wetter nicht mehr so gut. Am letzten und sechsten Tag fuhren wir ohne Brause zurück in unseren Heimatort Suhl. Es regnete durchweg trotzdem eine schöne Ostertour 2017.